Wir sind mittlerweile im Bereich der Filme und Serien in einer Zeit angekommen, in der es sehr viel um Spin-Offs geht, beziehungsweise wo sehr viele Spin-Offs auf der Bildschirmfläche erscheinen. Und seit Anbeginn der Zeit sind Spin-Offs irgendwie tatsächlich gespaltener Meinung. Die einen sagen, super gut, immer mehr davon und die anderen sagen, rein kommerziell ist total unnötig und braucht kein Schwein. Ich gehe heute in diesem Video mal auf dieses Problem, also ich sag mal Problem Spin-Offs ein und sage meine Meinung dazu und vor allem, warum ich dann andere Meinungen trotzdem noch sehr gut verstehen kann. Bedeutet, wenn ihr wissen wollt, ob Spin-Offs wirklich so unnötig sind, wie viele Leute behaupten oder ob sie einfach eine gute Daseinsberichtigung haben, dann bleibt gerne dran und ich heiße euch damit doch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Ja, wie gesagt, Spin-Offs mittlerweile in jeglicher Form vertreten. Es gibt Filme, die als Spin-Offs dienen, es gibt aber hauptsächlich auch Serien, die als Spin-Offs dienen. In einem anderen Video von mir habe ich mal erklärt, so was überhaupt ein Spin-Off ist und auch andere Begriffe wie halt... Post-Credit-Scene, Prequel, Sequel, Midquel, alles mögliche, wenn euch das interessiert, checkt das Video gerne aus, ist jetzt gewiss hier irgendwo verlinkt. Aber heute geht es wirklich mal nicht auf die Bedeutung des Wortes Spin-Offs, sondern einfach auf wirklich die Tatsache, ob es nötig ist oder nicht. Die Idee für so eine Art Video hatte ich schon länger mal im Hinterkopf, aber durch den Kanal Kino oder Couch, sowohl auf YouTube als auch auf TikTok und wo sonst auch immer vertreten, auf die ich zufällig gestoßen bin, bin ich schon nochmal näher an das Thema rangegangen, denn dieser Kanal hat vor kurzem, in Anführungsstrichen, auch ein Video dazu gemacht. Dabei sind sie aber mehr auf das Thema Spin-Offs in Bezug auf diese Spin-Off-Serie von The Boys. Ich weiß tatsächlich gar nicht mit Generation Z oder wie oder why. Irgendwie sowas sind sie da eingegangen und haben da auch quasi ihre Meinung dazu dargelegt. Und ja, ich war im Video theoretisch gesehen irgendwie sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Vorab muss ich echt sagen, super Kanal. Ich war irgendwie voll verwundert, als ich den Kanal gefunden habe, weil der ja schon relativ groß ist und schon irgendwo Größe hat. Wahnsinn, ich kannte ihn bis jetzt noch nicht, aber auf der anderen Seite war das Video für mich, es war kein schlechtes Video und das, wie gesagt, jeder hat seine eigene Meinung, auch in diesem Thema überhaupt, aber das Video war für mich so ein bisschen wie ein kleiner Messerstich ins Herz, aber nicht auf die schlimme Weise oder so. Deswegen vorab, wirklich, jeder kann ihn zu seiner eigenen Meinung haben. Ich lege jetzt nur mal meine Meinung klar und erkläre auch, warum ich der Meinung bin, aber warum ich verschiedene Sachen so sehe, wie ich sie sehe. Gut, fangen wir einfach mal so an. Mag ich Spin-Offs, ja oder nein, beziehungsweise finde ich sie nötig oder unnötig? Ich bin ehrlich, ich finde Spin-Offs nicht verkehrt und ich habe auch kein Problem, wenn es von verschiedenen Genres, von verschiedenen Franchises mehr Spin-Offs gibt. Ah, aber und jetzt kommt der große Punkt. Es muss auch ein sinnvolles Spin-Off sein und das ist in dem Fall bei Spin-Offs wirklich super, super wichtig. Warum erkläre ich jetzt sofort? Denn nehmen wir zum Beispiel mal ganz kurz das Star-Wars-Universum. Wir haben neun Filme, drei OG-legendäre Filme, drei Prequels, die noch mehr die Star-Wars-Community geprägt haben und drei Sequels, die gespaltene Meinungen hervorgerufen haben. Aber das ist auch noch ein anderes Thema für ein anderes Video. Nichtsdestotrotz befindet sich zu diesem Zeitpunkt Star Wars, wir nehmen mal Clone Wars in Anführungsstrichen, erst mal raus, komme ich aber gleich noch zu, auch Rebels und so. Aber zu diesem Zeitpunkt befindet sich Star Wars auf der Ebene des Films. Uns werden Geschichten erzählt, uns werden Leute vorgestellt, die ganz kurz angekratzt werden und dann sind sie einfach weg, tot oder, naja, irrelevant geworden. Als Beispiel nehme ich nun mal Darth Maul. Wir kennen in Episode 1 nicht, also wir lernen nicht krass viel über Darth Maul kennen, über seinen Charakter nicht so wirklich, über seine Umstände, über ihn selbst als Person, lernen wir quasi nichts. Die Star-Wars-Community hing aber da so und dachte sich, alter, was ist das für ein cooler Dude? Ich will mehr über den Kerl wissen. Und da hat sich Star Wars, George Lucas, Disney, wer auch immer jetzt da am Hebel saß, gedacht, wisst ihr was? Gut, ihr wollt mehr Darth Maul, ihr bekommt mehr Darth Maul. Bumm, haben wir mehr Darth Maul in Star Wars, äh, Clone Wars bekommen, in Rebels bekommen, in allen möglichen Varianten, irgendwo immer mal ein bisschen Hintergrundwissen. Und das ist nämlich jetzt der Punkt. Wenn die Community eines Franchises irgendwo zu einem Charakter oder zu einer Story, zu einem Bereich, zum Beispiel bei Star Wars halt die Old Republic, ist ein Thema, da will jeder Star-Wars-Fan gerne was drüber sehen. Und dazu eine Serie, ist voll fein, wenn sie uns das Wissen mitteilt, was wir brauchen, was wir wollen und was uns irgendwie gut geboten wird, dann hat die Serie komplett ihre Daseinsberechtigung. Positives Beispiel hier, Ahsoka. Habe ich ein Video dazu gemacht, habe gesagt, das ist das, was Star Wars immer sein sollte oder sein muss. Und Ahsoka trifft den Nagel quasi genau ins Schwarze. Denn wir müssen überlegen, die Filme, auch natürlich Clone Wars und die ganzen anderen Serien, wir haben so viele Informationen. Aber es gibt in Star Wars immer noch ganz viele Lücken, die gefüllt werden müssen. Ob es jetzt sowas wie The World Beziehung Worlds ist, ob es jetzt sowas ist wie zum Beispiel halt Thrawn und alles Mögliche. Für die Leute, die kein Star Wars kennen, ist es erstmal irrelevant. Es geht hier wirklich hauptsächlich darum, wir wollen was wissen, was uns in den Hauptprojekten noch nicht erklärt wurde und wir kriegen es als Spin-Off, wie in dem Fall mit Ahsoka. Jetzt kommt aber das Negativ-Beispiel und hier muss ich leider schweren Herzes eine Serie als Beispiel nehmen, die ich halt liebe und zwar ist das The Walking Dead. The Walking Dead als Hauptserie beinhaltet elf fucking Staffeln. Uns werden viele Sachen vorgestellt, uns werden viele Menschen vorgestellt, uns werden viele Themen angeschnitten. Wir bekommen relativ zeitig immer eine Antwort auf, wer, was, wie und warum. Nun kommen wir zu den Spin-Offs. Wir haben Fear the Walking Dead. Würde ich direkt ausklammern. Fear the Walking Dead ist mittlerweile keine Spin-Off-Serie mehr, sondern eine eigenständige Serie, auch wenn es eine Spin-Off-Serie ist. Wir haben World Beyond, wir haben Tales of the Walking Dead, wir bekommen jetzt, oder wir haben jetzt die Dead City-Serie, wir haben jetzt Daryl Dixon und wir bekommen Rick und Michonne, a.k.a. The One to Live. Alles Spin-Offs, die uns eine Geschichte erzählen von Charakteren, die in der Hauptserie Screen-Time bekommen haben und die aber noch nicht zu Ende erzählt wurde. In dem Fall hat Rick und Michonne, Daryl, Negan und Maggie und vielleicht bei Daryl halt auch irgendwann noch Carol vielleicht, man weiß es ja noch nicht. Anders ist es zum Beispiel bei Tales of the Walking Dead, hier muss man sagen, das ist einfach eine Serie, die einfach den Fans zeigt, okay, guck mal hier, das sind verschiedene Geschichten von verschiedenen Leuten in der Zombie-Apokalypse. Kann man quasi auch noch zum Teil ausklammern, war ein kleines Projekt, nicht so krass gut angekommen. Ich persönlich finde es ganz geil, muss ich sagen, gefällt mir ein bisschen und vor allem dazu, Alpha und den Whisperern haben wir was rausgefunden. Diese eine Folge mit Alpha und den Whisperern, das ist, was Spin-Offs sein sollten. Komme ich aber irgendwann in einem anderen Video zu. Schreibt es euch hinter die Ohren. Aber zum Beispiel sowas wie World Beyond. Natürlich wollten wir mehr über CRM wissen. Hat uns World Beyond das irgendwie gut gegeben? Ich würde sagen, eher nicht so wirklich. Ähnlich wie Anfangszeiten von Fear the Walking Dead hat World Beyond irgendwie versucht, was Eigenes zu sein. Und es ist aber nicht. Und dementsprechend schlechtes Spin-Off. Aber einige von euch werden jetzt da sitzen und sich denken, aber hey, Daryl Dixon, Dead City, The One to Live, das sind doch super geile Spin-Offs. Oder könnten es werden? Ja, absolut. Keine Frage. Aber es sind alles Sachen, die auch in der Hauptserie hätten passieren können. Wir hätten in der Hauptserie doch schlicht und ergreifend eine weitere Staffel bekommen können, in der wir sehen, wie Daryl nach Frankreich geht. In der wir sehen, wie Michonne ihr Leben bei diesen komischen Reitern da lebt. Wir hätten sehen können, was mit Rick beim CRM passiert ist. Und wir hätten dann sehr, sehr lange Zeit später sehen können, was mit Maggie und Negan in Dead City, also in New York, passiert wäre. Und hätten dann quasi ein großes Zusammenführen und eine große Zusammenkunft von allen weiterhin in der Mutterserie bekommen können. Haben wir aber nicht. Und das ist der Punkt, wo ich vielen Leuten quasi ihre Aussage unterschreiben würde, dass Spin-Offs meistens nur kommerziell veranlagt sind. Weil im Falle von The Walking Dead zum Beispiel, die Serie, Hauptserie, hat immer weniger Zuschauer bekommen. Dann ging es mal wieder hoch, aber meistens wieder runter. Dementsprechend haben sie sich gedacht, nee, wenn wir jetzt eine weitere Staffel rausbringen, es wird nichts bringen. Es wird uns nichts bringen. Wir müssen eigene Serien schaffen. Wir müssen eigene Serien machen, die im selben Universum spielen, aber vielleicht die Aufmerksamkeit, naja, irgendwie anheben. Und das hat auch gut geklappt. Gucken wir uns die Zuschauerzahlen von Dead City an. Die erste Folge ultra gehypt, ultra gute Aufrufzahlen. Und bei den anderen fällt es auch schon leicht wieder ab. Ähnlich, nur andersrum tatsächlich. Bei Daryl Dixon, da waren die Zuschauerzahlen anfangs eher so mau. Sind aber jetzt gestiegen, weil Dead City schlechter, also augenscheinlich stand jetzt schlechter, war als Daryl Dixon. Und Daryl Dixon uns mehr bietet. A.K.A. Dead City, schlechtes Spin-Off. Daryl Dixon, gutes Spin-Off. Obwohl es weiterhin alles in einer hätte, also in der einen Serien hätte weiterspielen können. Und wie gesagt, da unterschreibe ich die Aussage, dass es sehr viel Kommerzielles hat. Definitiv, unterschreibe ich hundertprozentig. Auch sehr viel Fanservice. Muss man auch sagen, in das Hoka nochmal drauf zurückzukommen. Natürlich ist Hayden Christensen als Anakin Skywalker da, um Fanservice zu betreiben. Aber was ist das Problem? Ich verstehe die Leute nicht, die sagen, Fanservice wäre was Schlechtes. Es ist irgendwo, um eine Kuh auszuschlachten und die weiter zu melken und weiter noch was rauszuziehen. Aber auf der anderen Seite, wir als Fans, es ist ja nun mal, der Begriff gibt es ja schon mal, Fanservice. Wir kriegen doch was davon. Und deswegen bin ich da nie so, also ich habe da nie so ein Riesenproblem mit. Aber Fanservice ist ein anderes Thema. Wir sind hier bei Spin-Offs. Wie gesagt, Ahsoka und die ganzen Star-Wars-Spin-Offs, alle ein perfektes Beispiel für, wir geben euch was Neues, was man in den Filmen oder wofür man keinen eigenen Film quasi, ich sag mal, machen muss oder machen sollte. Funktioniert perfekt. Bei The Walking Dead, wie gesagt, ein bisschen anders. Da sehen wir, es hätte auch in der Hauptserie bleiben können. Die Möglichkeiten wären da gewesen. Abgesehen von dem, was im Hintergrund bei MC rumläuft und was geldtechnisch und was weiß ich alles zu tun hat, sei mal dahingestellt. Aber selbst The Walking Dead ist noch ein positives, schlechtes Beispiel, weil da geht es auch noch ansatzweise darum, uns etwas zu liefern, was uns interessiert. Aber jetzt nochmal auf das Beispiel von Kino oder Couch zurückzukommen, The Boys und Generation XYZ, wie auch immer. Das ist einfach unnötig, weder kommerziell noch irgendwas. Warum hat man nicht einfach eine weitere Staffel von The Boys gemacht und hat einfach diese Charaktere von der neuen Serie damit reingeschoben? Wo wir aber jetzt das Problem hätten, die Leute haben ihre Fan-Favorites und das ist halt bei The Boys halt sowas wie Butcher, Homelander und was weiß ich. Und die sind halt in der neuen Serie nicht dabei. Dementsprechend kann man sagen, wenn die neue Serie jetzt ein Flop wird, schieben wir die einfach so, ne, und machen einfach wieder mit The Boys weiter. Das ist so eine Absicherung irgendwie. Und deswegen verstehe ich wirklich sehr gut, dass viele Leute sagen, hey, Spin-Offs, irgendwann muss es aufhören. Irgendwo muss ein Cut gezogen sein. Es kann nicht sein, dass das 15. Star-Wars-Projekt oder was weiß ich irgendwie immer noch auftaucht. Kann ich irgendwo verstehen. Aber wie gesagt, ich finde, man muss halt sehen, bringt dieses Spin-Off uns einen Mehrwert. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, ich stelle den Mehrwert über die Geldebene. Also mir ist scheißegal, wenn das nur um Geld zu machen produziert wurde. Am Ende des Tages, wenn ich hier mir Spaß habe beim Zugucken, Spaß habe, Videos zum Beispiel in dem Fall drüber zu machen und mich darüber aufregen oder halt positiv äußern kann, so lange ist doch alles gut. Deswegen, ich verstehe wirklich viele Leute, die sagen, Spin-Offs viel zu viele. Unnötig. Könnte man in eigenen Projekten oder in den laufenden Projekten machen. Man muss nicht ein extra Spin-Off machen, zu einer Serie, die vielleicht noch läuft. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn Mehrwert da ist, sollte man das auch einfach positiv aufnehmen. Finde ich zumindest. Deswegen, wie gesagt, abschließend kann ich nur sagen, ich bin Fan von Spin-Offs, wenn sie ihre Mehrwert bieten können, denn die Fans halt brauchen. Ich brauche halt nichts, was einfach nur gemacht wird, um einfach zu sagen, okay, wir bringen nochmal die Serie, nur ein bisschen verändert, damit wir aber die Originalserie nicht kaputt machen und nehmen dafür ein neues Projekt. Dafür sollten Spin-Offs nicht da sein. Spin-Offs sollten wirklich dafür da sein, wie der Name ja schon sagt, ein Spin-Off, einfach eine Erzählung abweichend von der Neu-, also von der Hauptgeschichte, die im selben Bereich, im selben Universum spielt, uns da aber eine andere Geschichte erzählt und aber dann wieder zurück zur Hauptserie quasi weiterleitet. Das sollte ein Spin-Off sein. So, und jetzt gebe ich die Frage aber einmal an euch, was haltet ihr von Spin-Offs? Seid ihr so der Meinung, okay, ja, Spin-Offs sind geil und je mehr, desto besser? Oder sagt ihr auch so, hey, man hätte keine drei The Walking Dead Spin-Offs gebraucht, man hätte einfach die Hauptserie in einer Staffel oder zwei länger machen können. Das ist jetzt eure Aufgabe, schreibt das liebend gerne in die Kommentare. Heute nochmal, sag mal ein Video, was ein bisschen wieder abseits von festen Themen ist, sondern es war einfach nur so mal ein bisschen aufregend, aber auch ein bisschen nicht so aufregend. Aber das sind auch so Themen, die man so im Film-Serien-Bereich halt auch irgendwo thematisieren muss, weil es wichtige Themen sind, vor allem für die Zukunft, weil irgendwann entstehen nur noch Spin-Offs aus Spin-Offs und es gibt quasi keine feste Kern-Serie oder keinen festen Kern-Film mehr, sondern einfach nur ewig weitere Spin-Offs. Und das muss man nicht unbedingt haben, das verstehe ich definitiv. So, und abschließend möchte ich noch sagen, ja, ihr werdet wahrscheinlich euch denken, hey, wolltest du nicht irgendwie auch Videos unter der Woche machen? Ja, hat bis jetzt auch sehr gut geklappt, siehe dieses Video. Nein, aber tatsächlich, ich muss jetzt erstmal da meinen Rhythmus finden, nicht, also trotz kommen weiterhin hier Videos auf diesem Kanal und ich kann euch schon mal spoilern. Natürlich nur, wenn ihr gespoilert werden wollt, und zwar das Video, was morgen rauskommt, ist mal wieder ein Halloween-Video und diesmal geht es an die ganzen Gamer da draußen und zwar wird das Video darum gehen, meine Top... Spiele, die man zu Halloween spielen sollte, kann oder sogar muss. Und natürlich könnt ihr jetzt auch schon mal direkt in die Kommentare schreiben, habt ihr ein paar Games so, die ihr so an Halloween immer zockt? Klagt es mir gerne vor, ein paar kann ich der Liste noch hinzufügen, ich sage es, wie es ist. Das Video wird erst ein bisschen später gedreht. Dementsprechend seid ihr hier schon mal ein bisschen gespoilert, könnt sogar irgendwie noch im Video mitmischen, wenn ihr wollt. Und sonst, wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung zu Spin-Offs in die Kommentare, checkt sonst auch gerne den Kanal aus. Hier gibt es alles rum um, wie schon gesagt, Filme und Serien, verschiedene Themen, sehr viel The Walking Dead natürlich, aber sonst alles mögliche, Reviews, Fun-Facts, Theorien und all dem Ganzen drumherum. Und wenn euch das interessiert und ich zufällig irgendwie sympathisch wirke, würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auf dem Kanal bleibt, vielleicht ein Abo da lasst und naja, ihr halt mal wieder zurückkommt. Würde mich auf jeden Fall freuen. So, ich möchte das Video aber jetzt nicht länger machen, als es wahrscheinlich schon ist. Ich, wie gesagt, würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Aber bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.